Und ich warte kurz, weil ich genau weiß, was ihr vorhabt. Weil ich genau weiß, was ihr vorhabt. Weil ich genau weiß, was ihr vorhabt. Come on. Come on. Alles gut? Bin in die Liese getreten? Ich trau dem Aal noch nicht. Come on, Chad. Ey. Warte mal, ich muss grad kurz gucken, in welche Richtung. Weil das will ich nicht noch mal. Hey, wir haben's wieder. Let's go. Ich hab eine Melone. Und auch Geld auf der Bank. Okay, komm, wenn da 1.100.000 sind, dann trau ich dem Ganzen. Let's go. Ganz fett, die Kanonen sind ehrlich nie eine gute Idee. Ich sag euch, wie's ist, Chad. Das ist eigentlich, das ist, also selten hab ich eine gezündet und dachte mir danach, ey, das war was Gutes. Ja, jetzt ist Zeit für so eine emotionale Rede. Danke, Leute.